Franky hat gut lachen nach diesem Spiel für die Holländer. Ja, aber ich bin Realist. Die erste Hälfte sehr gut, die zweite Hälfte hat mir nicht gefallen, spielerisch. Koeman hat dann Gott sei Dank zum Schluss noch eingewechselt, den Joker Wout Weghorst. Und ja, der hat der letzte Vorbereitungsspiel auch schon getroffen als Joker. Das ist ein Waffen mittlerweile. Ja, und der hat gezündet. Deswegen bin ich froh mit den drei Punkten und das geht's. Aber Holland muss ich steigern, um richtig beruhigt weiterzukommen im Turnier. Ja, ein bisschen ist sicher noch drinnen. Ich meine, die sind immer in Weltranglisten Siebter. Also extrem weit vorne. Die holländische Mannschaft ist sicherlich eine der stärksten in dem Turnier. Wer glaubst du wird innerhalb von unserer Gruppe der stärkste Gegner für die Niederlande werden? Ja, Frankreich. Frankreich liegt Holland überhaupt nicht. Österreich wird unheimlich schwer für Holland. Ich glaube, dass Österreich schwerer wird als Polen. Und deswegen muss Holland richtig sich noch anstrengen, weil Österreich ist mittlerweile hat aufgehoben Richtung Holland und Frankreich. Deswegen bin ich gespannt einfach, wie Österreich sich heute erst einmal präsentiert. Und dann trotzdem mit vielleicht Niederlage gegen Frankreich, wir sind realistisch, wie sie sich dann gegen Polen geben, die Holländer, sorry die Österreicher. Aber das ist dann fast ein Pflichtweg. Die Gruppe ist so schwer. Ja. Ja.